Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Leaks. Ja, und da wurden wieder Sachen in den neuen Patch-Files gefunden. Und Leute, haltet euch fest, diese Dinger sind wirklich der Oberhammer. Wirklich der Oberhammer, ohne Scheiß. Also, wenn das so rauskommt, oh mein Gott. Also, erstmal, gut, den haben wir ja schon gesehen. Der ist ja aktuell schon draußen gewesen, so sieht er dann aus. Wenn er Schaden macht, also jetzt zieht euch das Ding mal rein. Alter, wie geil sieht denn der aus? Ein Torero. Alter, es ist übelst. Hier, mega nice. Holy crap. Wie geil. Oh mein Gott. Kranker Scheiß. Der ist ja jetzt heute rausgekommen. Gut. Und den finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Durch die Picke an, ey. Oh, wie geil. Backpack. Oder soll das Picken sein? Soll das Picken sein? Echt? Cool. Alter. Das ist ja mal richtig, richtig nice. Holy shit. Ja, da war ich jetzt auch schon draußen gewesen. Oh. Auch sehr, sehr geiler Gleiter. Cool. Was das ist, kann ich im Moment noch nicht so richtig beurteilen, was das sein soll. Ja, Hammer. Hammer, Hammer. Hier dann scheinbar neue Emotes. Geil. Absolut geil. Hier wird jongliert. Okay. Und das hier, darauf bin ich gespannt, was das wird. Also da wird dann wohl, werdet ihr wohl zum Werwolf werden, so wie das aussieht. Hammer, 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 Hammer. Also richtig geil. Ja. Schreibt mal was rein in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie sie euch gefallen. Seid ihr auch schon gespannt drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es erstmal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Leaks. Mit mir, dem Herrn gleich haut rein, macht es gut, bis dann und tschüss.